guten morgen da draußen nach meinem first look von battle for graxia habe ich mir gedacht ich mache jetzt mal einen richtigen kampf also ein let's play das prinzip sollte eigentlich noch jedem klar sein aus dota 2 oder league of legends kennen eigentlich alle wir verteidigen unsere türme und versuchen deren türme zu zerstören im endeffekt müssen wir schneller ihre base zerstören als sie unsere das war es doch schon ganz einfaches spiel nicht mal sehen wir den start hinlegen aber normalerweise wenn ich ein gutes gutes ein guten team kollegen unten oder oben habe sollte es kein thema sein don feil kommt jetzt auch okay dann gehe ich eben nach oben oder moment fragen wir mal wer in die mitte geht sonst weiß ich hier nichts he is helpless wahrscheinlich weil ich den war crazy in meiner ignore liste habe ja gut dann geht halt niemand in die mitte ich spiele hier mein immortal nennt sich kreed ich habe mich bewusst für ihn entschieden weil er ganz einfach nette skills hat jedes mal wenn ich ein skill kaste und ein counter drauf gezählt und bei jedem zweiten counter wird die der dritte cast immer mit einem besonderen effekt ausgestattet bei dem glatziate hier also glatteis das halt einfach länger an und wenn da ein feind rüber läuft wird er langsam so dann habe ich schon level 2 erreicht und wenn ich jetzt die steine hier kaste wird der feind betäubt also stunt für ein paar sekunden weil ich zwei counter drauf habe die hier ich hasse die die gefällt mir ganz und gar nicht als ob ich nicht gesehen habe wieso oh man oh man oh man oh man und noch einer komm das hatte sie beide erledigt ich verstehe sowas nicht wieso hatte die weg geblasen da wird er schon ausgelacht weil er drei siegs verschwendet hat die kometen die darunter kamen waren seine sieg die kann er nur einmal benutzen seine sieg ist halt dass er sie dreimal benutzen darf die 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 Das war echt dumm. Lass sie explodieren, komm. Wunderbar. Willst du jetzt ein Autogramm? Jetzt nicht mehr. Da, die steht im Busch. Der Busch, der Busch. Ja, genau. Ich hasse es, gesilenced zu werden. Richtig nervig. Der Busch, der Busch. Oh, der war gut. War wirklich gut. Aber dann hat ihn auch noch Balak geholt, der alte Stealer. Oh, sowas mag ich gar nicht. Einfach kurz klauen. So was geht gar nicht. Oh je, oh je. Oh, was macht er denn? Ich verstehe es nicht. Entweder er geht jetzt weg oder nicht. Oh, der Kollege ist wieder da. Vielleicht will er gleich wieder drauf gehen. So, der geht jetzt endlich zurück. So wie er es schon 10 mal angekündigt hat. Dann gehe ich so lange ein bisschen formen hier. Da brechen die Knochen. Jawoll, das haben die gut gemacht. Damit steht es 5-0. Wir sind ein ziemlich gutes Team. Okay, jetzt oben, oben, oben. Ah, das geht ja mal gar nicht. Hm, gleich gehen die Spinnen in die Luft. Doch nicht. Ich glaube, der weiß nicht, wohin Ascadillia spielt. Da ist Trowark. Back to Mission. Oh, da kommt Ascadillia. Oh, da kommt Ascadillia. Oh, jetzt ist einer von uns drauf gegangen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wir machen ganz schön Druck. Krats. Wohin geht er denn? Und wieso hat er so viel Speed? 144 Speed jetzt schon. Okay, so viel Speed ist das gar nicht. Wenn man das mal so sieht. Okay, so viel Speed ist das. Ich bin's in 5,6. Ich bin's in 5,6. Das ist die Luft, aber ich bin's in 5,3. Ich bin's in 5,6. Jetzt bin's in 5,7. Schuss in 5,8. E-9. Ich bin's in 5,6. Ok, ich bin's in 5,7. Ich bin's in 5,7. Ich bin's in 5,7. Ich habe die Power. Was ist hier los? Oh, 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 love, 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 love. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Das war ja nix. Ich weiß nicht, wieso er das immer einsetzt. Oh. Ich habe die Macht! Aaaaaah! Hm, irgendwie geht da nix. Ich muss nicht ganz schnell fliehen. Der Ping ist aber auch heute gar nicht gut hier. Pass auf, sei ist da. Okay, der ist wieder in der Mitte. In der Midi. Der gehört uns. Oder auch nicht. Hm. Hm. Ja, ja, lass mich im Stich. Hm. Der Draufgänger. Der Draufgänger. mal ein bisschen gas weg so Ich habe die Kraft! zäge Er die die Elemente, wird die Welt verlieren. Top ist M.I.A. Top ist M.I.A. Ja, jetzt weiß ich, wieso ich diesen Warcrazy ignoriert habe. Mit seinem Kill-Stil hier. So. Mein Leben regeneriert sich. Wunderbar. Da unten geht die Party ab. Wo ist der Drache hingekommen? Ei, 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 die sind alle da unten. Gucken wir mal. Schau mehr mal heißt es ja hier. Ein bisschen Gold farmen geht schon. Na los, mach ihn nieder. Wo liegt das Problem? Uh, 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 uh. Der hätte mich niedergerissen. Soll er drauf gehen? Das ist mir egal. Nachher klaut er mir sowieso wieder alles. Okay, jetzt kann der Kampf weitergehen. Jetzt hat er irgendwie rumgeheult, dass ihm niemand geholfen hat. Da bin ich ganz sicher. Oh, boah, jetzt bin ich ja da. So, habe ich gleich zwei erledigt. So, gleich drei erledigt. Und in der Mitte geht es ja weiter, ey. Ich habe hier den Buff, aber er gibt mir nur Speed also. Das war wirklich nur Skillgrad. Yep, 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 yep. Und ich weiß gar nicht, was die da haben. Ah, was soll's, soll er doch alleine gehen. Ich habe keine Lust, ihn zu unterstützen. So, Schart ist in der Mitte. Jetzt nicht mehr. Okay, alle sind hier weg. Ich bin der Einzige, der diesen Turm verteidigen soll. Ja, dann tun wir das doch. Ha, so nicht mein Freund. Ah, das geht ja gar nicht. Komm, 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 komm. Jo, das war zu knapp. Hey, ich habe sogar noch einen Killer abgestorben. Hey, ich habe sogar noch einen Killer abgestorben. Also, 4-0-6 habe ich. Das ist eine gute Statistik. Wenn man eigentlich mal mein Profil ansieht, meint man, ich bin der größte Noob, den es gibt. Es könnte auch sein, dass ich hier nur so glänzt, weil unser Team so gut ist, oder weil die anderen einfach nur scheiße sind. Das wird sich wohl nie herauskristallisieren. So, da geht was, da geht was. Geh zurück, geh zurück. Oh je. Was ist das denn für ein Noob, bitte? Verstehe ich gar nicht. Wunderbar. Da kommt sie. Pedrosis. Oder Pedrosis. Man, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Ah, das war schlecht. Das war sehr, sehr schlecht. Aber gleich kommen alle hier runter. Das sehe ich schon kommen. Oh, die gehen da oben ja noch richtig ab. So macht das Spaß. Gut, ich habe ihn weggelockt. Und Nices hat es richtig gemacht. Wo kommt der denn bitte her? Durch den Busch? Oh, oh, oh. Du glaubst doch nicht etwa, dass du hier was erreichen kannst. Petrosis oder Pedrosis. Oh, die hat es noch geschafft. Die hat es noch geschafft. Fliehen wir lieber. Hm. Diesen Zwei-Fronten-Krieg. Hier gewinnen die nicht. Hier ist ja noch unser Kollege Monk Psyko. Ah, ich farm so lange. Okay. Ein Ally. Das will ich sehen. Da kriegt das nicht hin. Also an seiner Stelle würde ich gehen. Ah, komm. Ich kann ihn doch jetzt nicht alleine lassen hier. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Da müssen wir rein. Unsere Kollegen sind aufgewacht. Sie kommen uns entgegen. Das wird jetzt echt phänomenal. Das wird phänomenal. Oh, 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 oh. Was tust du? Oh, ich war hier gesilenced. Schade, schade, schade. Dann holen wir mal die Schuhe. Noch ein bisschen Speed. Es läuft doch eigentlich gar nicht so schlecht. Gut, einmal sterben muss man auch. Da ist unser Kollege. Mal sehen, was der hier so anstellt. Der hat vielleicht eine Speed drauf. 164, der ist schneller als ich. Oh, die wollen hier. Ei, ei, ei. Du kannst schon da nicht alleine reingehen. Oh, der macht es ziemlich gut. Los. Der muss ich schreiben. Der war verdammt gut gerade. Kann man schon mal loben. Jetzt reißen wir sie ab. Das war's dann für sie. Das gefällt mir gar nicht. Was hier vor sich geht. Was hier vor sich geht. Jetzt kommen sie nicht. hinter ihrem türm raus die hat ihre sieg eingesetzt da müssen wir fliehen es geht gar nicht anders was machst du denn okay da hat ihn niemand verfolgt das war nur my imagination ja da gehen alle knochen nieder komm ich brauche mehr Geld 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 jetzt geht's auf zum roten komm 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 da habe ich noch einen geholt die sind wirklich scheiße das kann ich ja wohl zu sagen oder wir haben gewonnen gute runde 7 1 das war wirklich phänomenal und da gibt es noch den first account win bonus pro tag bekommt man dann früher war es mal mehr jetzt kacken die alle ab hier könnt ihr euch alle E-teams ansehen wer was hatte die Kills, Deaths und Assists so wird das hier gehandhabt kein wunder war der so schlecht ja das war wirklich mies 8 5 ja gut 7 1 bei mir ja und somit war es das mit diesem Let's Play ich hoffe wir sehen uns im nächsten Video wieder so